Hallo ihr Lieben, hallo hier zu unserem neuen Video und zwar gibt es hier vom Kaufland ein paar Food-Neuheiten, also Süßigkeiten und zwar einmal Milka-Schokolade, Strass-Strawberry-Cheesecake Also stand unter Food-Neuheiten. Ich hoffe ich bin ich liege nicht falsch damit. Und dann Tempionade, also irgendwie mit Fußball irgendwie. Mit was ist das denn? Das ist kein Kellogg's. Kennst du diese Perlen, die in Halloween auch gibt, diese verschiedene Farben. Also ich hoffe wir liegen richtig mit den Neuheiten. Wir hatten, ich wollte eine ganz andere Schokolade holen, aber die gab das in dem Kaufland nicht. Ich bin einfach so müde gerade. Im Kaufland nicht, deswegen habe ich mir einfach sie geschnappt, da stand neu und dann habe ich die einfach genommen. Ja, die probieren wir jetzt und dann teilen wir euch unsere Meinung mit, wie es geschmeckt. Und vielleicht könnt ihr ja auch in den Kommentaren schreiben, habt ihr diese Schokolade schon probiert, wie es euch geschmeckt hat. Das wäre ganz cool eure Meinung zu hören. Wir haben die schon ein bisschen gebrochen, guck. Hast du gerade gebrochen. Ja und ich bin hier gerade an Haarfärben. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich will aber nicht, aber ich kann es so nicht. Ich kann das einfach nicht. Leonie öffnet. Das ist jetzt dieses Fußball-Ding, ne? Ja. Na, wer will? Ich. 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 Kennst du diese eine Schokolade, die Papa auch gibt? Die sind Dreieckformen. Äh, Viereckformen. Weißt du, was ich meine? Du gehst gleich ein bisschen, was ich meine. Ich habe gerade erst genommen. Oh, das riecht schon lecker. Warte, warte, ich will doch zeigen, wie die aussieht. Die machen schon die nächste. Die schmeckt kack wie diese Kekse. Kack, da kommt schon auch russisch mit rein. Also, ich. Also, mir schmeckt das mega lecker. Jetzt hat die Leonie. Hier ist Strawberry Cheesecake aufgemacht. Probieren Sie? Mh. Geht so. Guck mal, Leute. Ja. Warte. Hier. Ja. So, wir lassen erst mal die Leonie aussprechen. Ich finde die hier. Die schmeckt irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich finde die auf jeden Fall nicht so lecker. Ich finde die so lecker. Mit der erste Schokolade. Was stört dich? Also, ich probiere dann. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben. Nur meine Schokolade. Ich glaube, ich weiß, was Leonie daran stört, ist, weil diese Edbeer-Füllung, die unterbricht das alles. Und das schmeckt irgendwie viel zu künstlich. Okay. Und dann... Tatsächlich ist es so, mich stört auch ein bisschen diese Gelee, Edbeer-Gelee sozusagen. Stört mich ein bisschen. Ja. Das ist so, denke ich mir auch, fast schon zu viel hier drin. Aber sonst würde es ja nicht so heißen. Ja gut, es ist auch Geschmackssache, ne. Also, keine Ahnung. Also, ich könnte es für mich persönlich gut vorstellen, mit einem kleinen Espresso. Ja, nachher geht das. Jetzt haben wir alle Durst. Mit Anna hier. Anna will ich auch Schokolade. Aber die Kleinen dürfen ja keine Schokolade. Also, was heißt? Sie dürfen schon. Ich gebe ihr schon ab und zu einen kleinen Krümel. Einfach so. Das habe ich auch meinen anderen gegeben. Ähm... Ähm... Ja, dieses... Das ist richtig stark süß. Sie sind alle jetzt trinken. Alle sind jetzt lustig. So sieht der Fußball-Innen drin aus. Ja. Dabei. Also... Was... Ich kann euch... So sagen ist... Die mit... Was ist dein Favorit? Also, erstmal Nikita. Den... Mit Schokolade. Also, mit diesen kleinen Pferden und Schokoladen. Das erste. Das mit dem Fußball-Dinger. Ja. Leonie? Die erste. Hat auch schon wieder die erste drin. Die erste, ne? Die ist nicht allzu süß tatsächlich. Bittersüß. Deins. Volles Mund. Welches? Die erste? Mhm. War schon zum Trinken? Also, meins ist tatsächlich auch das erste. Das ist nicht so süß. Ich esse allgemein weniger Schokolade in letzter Zeit. Oder Süßigkeiten. Das stimmt. Ich kann nicht ohne Schokolade oder Süßigkeiten nehmen. Muss ich auch. Ja, du bist bei uns eine Naschkatze. Ja, aber... Wie gesagt. Der, ähm... Wie ein Kuchen ist. Erdbeerkuchen sozusagen. Der schmeckt auch super gut. Ist drin weich. Angenehm. Zwischendurch mal so ein bisschen härterer Keks drin. Kühlfleisch versuchen zu essen. Vielleicht ist es dann lieber. Im Kühlen. Ja, aber das ist trotzdem süß. Da ist diese Gelee was ziemlich süßes. Und diese Buttercreme oder sowas. Ja. Also wer allgemein gerne süßes Nasch, für den ist das kein Thema. Eigentlich. Für dich soll auch kein Thema sein. Ich kann Leonis Problem erklären. Diese Masse. Also dieses Gelee gefällt Leonie nicht. Ja, das haben wir schon vertandet. Etwa, wie zerstört eigentlich. Einfach das ganze Geschmack. Von Käse. Wie Anna am Krabbeln mit Nikita. Wie im Video drin. Anna bekrabbelt dann. Und spielt. So süß. Ja. Das war unser Test zu dieser Schokolade. Und persönlich unsere Meinung. Also wir sind ja alle unterschiedlich. Was auch gut ist, dass wir alle unterschiedlich sind. Da haben wir auch verschiedene Meinungen. Was auch gut ist. Und so soll es auch sein. Ja. Wie gesagt. Es schmecken alle beide. Aber für mich. Wie wird Papa auch am meisten gefallen. Papa wird das auch? Ich glaub Papa mag auch. Diese Vierecke, die in dieser Packung sind. In so einer gelben. Die wir letztlich mit Vanilleneis gemischt haben. Mhm. Die haben aber Kellungszirne, die so einen Kuchen gemacht haben. Ich kann mich nicht erinnern. Diese eine. Egal. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Genau. Und die weiße Schokolade. Da mag die Leonie am meisten. Läuft mir da die Haarfarbe nicht runter, Schatz? Hinten. Hinten. Ganz bisschen. Okay. Hinten ist ein bisschen. Hinten ist viel? Das spüle ich nämlich. Ja. Es ist aber warm. Ich hoffe es wird was. Ich so. Ihr kennt solche Vögel mit Sonnenbaum. Ich so. So. Das war's mit dem Video. Wir machen mal hier Schluss. Sonst kommt hier was ganz anderes nochmal raus. Wir hoffen das Video hat euch gefallen. Ein. Ein. Abo da unter diesem Video. Und ein Like. Wie gesagt. Kostlos. Like. Eure Kommentare. Herzlich willkommen. Neues Abo. Da freuen wir uns auf jeden Fall total total total. Und. Und. Schlagt uns gerne vor was für Videos. Ne. Unter den Kommenten. Und sonst machen wir hier vielleicht irgendwas und das gefällt euch nicht. Ja. Deswegen auch gerne Vorschläge. Ja. Und. Traucht euch durch in den Kommentaren was zu schreiben. Ne. Ist ja jetzt nicht schlimm. Wir versuchen auch jedes Kommentar von euch zu antworten. Das auf jeden Fall. Ne. Genau. Bleibt mir alle gut. Wenn sie die Kommentare sehen. Sag ich mir? Manchmal spinnt YouTube und dann sieht man die Kommentare nicht so. Ja. Manchmal spinnt YouTube tatsächlich. Oder die Kommentare werden gesperrt. Ja. Ja. Vom Instagram momentan. Ja. Instagram spinnt momentan total. Sowieso. Sehr oft. Wir machen jetzt aber Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schöne gute Nacht. Schönen Vormittag. Nachmittag. Guten Appetit. Wie meine Tochter sagt. Ja. Wie ich. Ich esse manchmal. Ich esse. Und gucke dabei YouTube. Also YouTuber. Deshalb auch guten Appetit die ihr gerade esst. Wie ich. Guter Appetit. Falls ihr gerade am Essen seid. Am bügeln. Was auch immer. Ja. Natürlich. Ja. Ich habe auch gehört. Ich habe auch gehört. Viele machen Haushalt zwischendurch. Bügeln und sowas. Geschirr waschen. Wie ich zum Beispiel. Ich mache was in der Küche. Und dann laufen auch meine Serien in YouTube. Also. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Tschüss ihr Lieben. Und seid happy. bei euch.